Herzlich Willkommen in Green Hell, ich bin die Phantasiens und ich habe mir gedacht, dass ich heute mal, sofern ich ausgeschlafen bin und mein Magen voll ist, mit meinem kleinen Dachiboy ein Einwohnercamp, welches noch besetzt ist, eine Besuche abzustatten. Genau, aber erstmal muss ich gucken, dass ich mich hier ein wenig stärke, genug Verbände dabei habe. Und, ja, hier sind ganz viele, oh, da sind gerade ein paar Nüsse runtergefallen, ich habe es genau gesehen. So, ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so genau, wo ich stehen geblieben war. Ja, ich weiß nur, dass die Falle eigentlich scharf war, oder? Meine Güte, was habe ich für ein Gedächtnis? Da, die will ich haben. Ich könnte doch ein paar Funkenverbände gebrauchen. Sehr gut. Herstellen. Herstellen. Kann man die nicht decken hier? Ah, okay. Wenigstens ein bisschen. Gut. Hier unten waren ja noch ein paar Mulinaria-Pflanzen. Da. Und hier, mein kleines Pflänzchen. Sehr gut. Herstellen. Gut, Verbände sollte ich also genug haben. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen was essen. So, ich brauche Wasser. Nehmen leer. Okay. Jemand hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich ja hier aus diesem unsicheren Wasser was trinken kann. Und ich probiere es jetzt auch hier mit, in der Hoffnung, dass ich keine Parasiten bekomme. Gut. Ja, schmeckt eklig, ne? Gut, ich belasse es lieber bei einem Mal. Gut. Hallo, Ameisenhügel. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich mir jetzt hier noch was zu Essen ergatter. Beziehungsweise habe ich ja eigentlich genug, ne? Aber da hängt wieder was. Ach Gottchen. Ja, komm mal runter. So, jetzt bin ich bestimmt wieder überladen. Aber natürlich. Es geht zwar noch, aber die Knochen lasse ich mal lieber hier. Sehr gut. Und das Fleisch bringe ich gleich mal rein. Hier oben war da noch ein Nussbaum, ne? Ich gehe noch mal schnell da hingucken. Ja, die Falle lasse ich jetzt mal ungeschärft. Schade, hier ist nichts. Blech da um. Ich habe drei Nussbäumchen in der Ummittelbaranähe und keines davon gibt mir was. Das finde ich jetzt nicht nett. Ein paar Pilze? Ein paar Pilze? Auch nicht. Oh. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann gehe ich jetzt schnell runter. Ah, die schnellste bin ich aber auch nicht. Na komm schon, beeil dich. Na komm schon, beeil dich. So, eins nehme ich mal mit. Na komm schon rein. Was ist los mit dir? Ah. Der Herr ist erschöpft. Gott läuft ja langsam. So, schnell das Fleisch jetzt noch anhängen. Ich hoffe, ich habe noch Platz. Ja, zwei. Nein, nein, nein. Das Ruhe will ich anhängen. So, das Getrochete kommt jetzt. Ne, das Getrocknete kommt da hin. Das Ruhe kommt da hin. Gut. Alles klar. Dann gehe ich jetzt noch mal schlafen. Und wache spätabends auf. So. Essen. Essen. Ähm. Habe ich überhaupt noch trockenes Blatt oder sowas? Ah. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was ist hier eigentlich... Moment. Sammeln. Herstellen. Okay. Sammeln. Was ist denn eigentlich, wenn ich... Nussschale. Okay. Unbekannte Nuss. Oh Gott. Essen. Oh wow. 35 Fett, Kohlenhydrate, Proteine. Ja. Ist ja gar nicht so verkehrt. Okay. So, ich brauche... Oh, ne. Ich wollte nochmal schnell speichern. Und dann... Brauche ich trockene Blätter. Ich kann ja gar kein Feuer anmachen. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Egel. Und trinken. Trinken, trinken. Und trinken. So, Igelein. So, Igelein. Wo bist du? Also, ich muss schon sagen, dafür, dass er so viele Tage schon im Dschungel lebt, ist er echt cool rasiert, ne? Kein einziges Haar am Körper. Alles klar. Ich brauche trockene Blätter. Während daraus trockene Blätter... Habe ich die jetzt gesammelt? Einen Blätterhaufen. Okay. Naja, ich meine, ich könnte ja auch hier so einen schönen... Was sind das hier für Geräusche? Habe ich jetzt etwa einen Puma gehört oder so? Oh, oh. Ich bin jetzt gerade ein bisschen still, weil ich hören wollte, ob irgendwas in der Nähe ist. Gut. Oh, Pilze. Gleich futtern. Sehr schön. So. Ich möchte ungern diese schönen Nussbäumchen fällen. Oh, Parasitenpilzchen. Genau, die Falle habe ich jetzt noch nicht aktiviert, weil ich habe erstmal genug Fleisch. Und dann noch schnell einen Schluck trinken. So. Cool. Fast voll. Alles klar. So, dann gehe ich jetzt rein. Ich dachte gerade, da wäre eine Spinne oder so. Ja, ich dachte schon, er kommt schon wieder nicht hoch. So, dann gehe ich jetzt erstmal schnell speichern. So, was macht mein Wetterhaufen im Rucksack? Der trocknet doch, ne? Ja. Es dauert aber anscheinend noch ein bisschen. Und was kann ich jetzt hier mit dieser Nussschale machen? Ha. Kann ich die da hinpacken? Ne. Ne, das geht nicht. Okay. Okay. Hm. Gut. Dann schlafe ich jetzt eine Runde. So, das muss reichen. Werde jetzt etwas essen. Sehr gut. Okay. Na, ich speichere nochmal. Und dann gehe ich los und werde einfach mal versuchen, in eines dieser Camps zu gehen. Mal gucken, wie weit ich komme. Okay. vorher trinke ich aber noch einen Schluck. Ach, Gott sei Dank. Keine Parmasiten. Ach, stelle ich nicht so an. Gut, jetzt brauche ich meinen Pfeil. Und gehe jetzt einfach mal dahin, wo ich die ganzen Stimmen immer gehört hatte. Bist du ein trockenes Gerd? Ich glaube schon. Cool. Oh, da ist eine Schlange. Ich habe dich gesehen. Ich wollte eigentlich nur meinen Pfeil wieder haben. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Camp in der Nähe ist. Aber ich werde jetzt herausfinden. Aber ich werde es herausfinden. Oh, super. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Lecker, 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 lecker. Nehme ich auch gleich. Sehr gut. Wenn heute nicht mehr Glückstag ist. Na, die Werte sind doch mal richtig super. Okay. Ja, wenn ich so weitermache, komme ich nicht weit. Äh, da vorne ist doch dieses Angler-Camp. Okay. Ist da gerade was runtergefallen? Hm. Okay. Dann schaue ich mal, was ich tun kann. Also, ein bisschen Angst habe ich ja schon. Das sind bestimmt hunderte. Ich nehme mal an, das ist hier irgendwo. Okay. Ja, ja, ich will von euch nichts. Keine Angst, Leute. Ein Pfanneschen. Zum Essen. Ich habe genug Larven. Gut, schön vorsichtig. Ist doch bestimmt hier irgendwo, oder? Ich bin ja immer noch so schreckhaft. Ich dachte gerade, da steht jemand. Aber das ist ja wieder nur so ein Nussbaum. Ne, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin ja wieder in meinem Zuhause, oder? Ne. Shit. Wo bin ich denn jetzt? Wartet mal. Ach so, ja. Jetzt bin ich genau da wieder rausgekommen, wo ich hergekommen bin. Ah. Ich habe auch echt Talent dafür. Jetzt habe ich schon wieder einen Egel oder so. Ja. Alles klar. Okay, also nochmal. Hm. Ich überlege, ich überlege. Na, jetzt kommt doch bestimmt wieder ein Jaguar oder so. Wechsel doch mal. Wo bist du? Ich kann dich hören, aber nicht sehen. Und gleich steht er wieder hinter mir, oder? Na, wo bist du, du kleiner Scheißer? Oh, mein Herz bleibt gleich wieder stehen. Na, wo bist du? Okay, ich glaube, der ist wieder weg. Na gut, Leute. Es war jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich spannend heute, aber ich werde die Folge wieder beenden. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.